hallo und herzlich willkommen wir sind letztes jahr von deutschland in die schweiz als familie mit hund und kind ausgewandert und ja haben jetzt mal wieder eine reise genau wir haben jetzt fast vier wochen hinter uns hinter uns also ja wir waren in portugal in spanien sind wir jetzt aktuell noch also das ist nicht die schweiz leider nicht ja obwohl wir haben auch einen sehr schönen ausblick und genau und wenn man natürlich so eine reise macht dann überlegt man war schweiz die richtige entscheidung oder hätten wir nicht doch lieber nach portugal oder spanien auswandern sollen denn das wetter ist hier schon besser oder definitiv immerhin haben wir hier in spanien menschen kennengelernt die schon vor längerer zeit von deutschland in die schweiz ausgewandert sind und haben uns hier in spanien inspirieren lassen also besteht definitiv für uns persönlich mit reisen gerade auch hier im süden definitiv eine verbindung und ja für uns irgendwie auch immer so ein bisschen magisch für uns weil so eine auswanderungsentscheidung hätten wir nie gedacht dass wir die treffen aber es war auf jeden fall die beste entscheidung das können wir jetzt nach fast zwölf monaten sagen wir mal zehn monaten schweiz definitiv sagen es hat sich sehr gelohnt auch finanziell und auch von vielen anderen bereichen schule paulina geht super gerne zur schule sie freut sich auch schon total dass sie jetzt wieder zur schule kann und dass die ferien vorbei sind und ich glaube also wir kennen halt auch ein paar familien aus deutschland da ist es glaube ich ein bisschen anders wenn da ferien vorbei sind da sagen die kinder dann oft so schule keine lust und paulina so schule ich freue mich total ferien war auch schön aber schule auch genau hier in diesem video wollen wir für euch einfach mal so einen kleinen vergleich machen weil letztendlich sind schweiz und spanien sehr beliebte auswanderungsziele der deutschen und ich glaube hier in spanien ist es einfach so die sonne und dieser ganze südliche lifestyle den man einfach durch hier im iberische halbinsel mittelmeer und vielleicht auch einige deutsche also man hat hier natürlich auch einige die community sind hier natürlich auch groß gerade jetzt auch hier in unserem bereich wo wir jetzt hier sind im raum den ja alicante benidorm sind natürlich auch viele deutsche ja weil es halt super beliebt ist und ich glaube es liegt auch wirklich daran weil ihr einfach auch sehr sehr viel sonne scheint genau ja von 360 tagen hat man hier circa 300 250 bis 300 tage sonne und es macht schon was mit einem morgens aufzustehen blauen himmel zu sehen jetzt hier wir haben wunderschönen sonnenuntergang wir sind gerade hier in denia genau das liegt in der nähe von valencia sehr schöne gegend auch ein bekannter von uns ist ja hierher ausgewandert oder mehrere menschen die wir kennen sind ja ausgewandert auch familien und ich glaube es ist auch hier wirklich ein wunderschöner ort aber so jetzt aus unserer sicht wir haben auch hier mal verglichen und was hier als schweizer also wenn du jetzt in der schweiz schon gelebt hast so wie wir und die rechnung in der schweiz bezahlst die lebenshaltungskosten mieten und so weiter und dann hier mal dir ein bier bestellt oder ein getränk und was auch immer genauso in portugal da denkst du ja haben die irgendwas vergessen haben irgendwas vergessen noch mal genau gucken ist alles drauf und wahnsinn so günstig ja also lebenshaltungskosten sind hier natürlich nicht zu vergleichen mit der schweiz sind definitiv günstiger als in deutschland auch also lebenshaltungskosten in spanien und portugal sind extrem gering und also nicht extrem gering aber viel geringer als auch in deutschland dann ist so viele noch interessant wir wollen das video jetzt nicht zu lang machen thema steuern ist so viele interessant und thema schule ist interessant im bereich steuern liegt man hier in spanien zwischen 25 und 30 prozent im durchschnitt das ist etwas besser als in deutschland es gibt eventuell auch sonderregelungen für unternehmer oder experts die hierhin kommen in portugal das wollen wir einfach auch hier mit rein nehmen weil wir dort auch ein zwei ausländerer familien auf unserem trip hier besucht haben dort gab es oder gibt es immer noch aber die läuft jetzt habe ich gehört die läuft bald aus dieses jahr oder so also da müsste eine sonderregelung mit null prozent steuern für ja auch spezielle fachkräfte möglicherweise unternehmer oder auch rentner genau muss aber dann vor ort mit den behörden abgeklärt werden dieses programm soll auslaufen aber trotzdem wenn man die steuerausgaben und die sozialleistungskosten oder sozialkosten die sozialleistung mit rein nimmt dann liegt man auf jeden fall besser als in deutschland und wenn dann noch die lebenshaltungskosten dazu nimmt dann ist man definitiv günstiger unterwegs als in deutschland und ja das sind auf jeden fall vorteile plus natürlich hier die sonne die hier einfach immer präsent ist und das schöne wetter nicht immer aber zu 70 prozent sagen wir mal so ja genau ich glaube das ist jetzt auch so das einzige wo wir jetzt so ein bisschen wehmütig sind weil wir jetzt wieder zurück nach luzern fahren da warten acht grad auf uns oder nachttemperaturen von zwei grad das ist schon echt abfall das ist echt noch winter obwohl ich gedacht habe dass wenn wir nach hause kommen dass ich die ganz also ich habe die sachen vorher alle schon rausgepackt aus dem schrank die ganzen winterklamotten jetzt muss ich sie doch noch wieder rausholen also es schon ja das tut dann doch ein bisschen weh aber trotzdem freuen wir uns mega auf die schweiz also ja es ist schön hier zu sein aber ich möchte hier nicht wohnen so wirklich also für eine gewisse zeit vielleicht schon ich sag mal so überwintern obwohl der winter in der schweiz auch schön ist aber jetzt hier komplett wohnen weiß ich nicht gerade jetzt so mit kind und paulina ist jetzt in der zweiten klasse die ich meine jeder weiß ja dass spanien jetzt nicht unbedingt das land ist wo man super karriere chancen macht ich glaube das ist eigentlich eher das gegenteil also junge leute eher ins ausland ist definitiv die arbeitslosenquote ist nämlich mit die höchste in ganz europa in portugal das heißt ja es ist eher ein land wo man vielleicht lebensabend verbringen kann oder ja wenn man jetzt so wie ein guter freund von uns der hier her ausgewandert ist der hat zum beispiel keine kinder ja und der arbeitet als sales manager hier in der straße und für ein anderes unternehmen und dann ist das natürlich alles entspannt aber wenn ihr an die zukunft eurer kinder denkt gibt es hier sicher auch gute schulen mit sicherheit kann man hier hier gibt es auch gute communities deutsche ausländer-communities auch in portugal um sich sicher sehr schnell und sehr gut integrieren kann aber das problem ist halt was wir langfristig sehen ist auch nur unsere meinung ja wir akzeptieren also wir wollen da keinem irgendwie rein drehen ist auch wenn du das hier schaust einfach unsere meinung langfristig gesehen ist es für die kinder dann wenn sie ins berufsleben wollen nicht das attraktivste land spanien oder portugal weil hier einfach im bereich start-up im bereich wirtschaft einfach nicht so viel passiert wie in zentraleuropa wo es einfach mehr konzerne unternehmen gibt mehr arbeitsplätze mehr verschiedene bereiche im kreativen bereich hier ist halt viel alles auch auf tourismus ausgelegt das ist eine ganz wichtige einnahmequelle hier sind die glaube ich nicht so sehr gering ja sehr gering teilweise das sicherheit können wir jetzt nicht genau sagen aber portugal liegt glaube ich sehr weit vorne portugal ist ein sehr sicheres land ist auch definitiv auch ein großer pluspunkt ja ja wir sind immer noch happy in der in der schweiz zu sein sind auf jeden fall von dort aus 700 kilometer näher an spanien das ist schon mal dran also an diesem punkt jetzt hier als jetzt vorher 13 stunden bis hier an diesem punkt von luzern aus aber geguckt ja das kann man schon machen paar schweizer kennzeichen haben wir auch gesehen ja für uns ist es immer noch die beste entscheidung in die schweiz zu gehen und ja in diese länder kann man hier super gut reisen und ja sich inspirieren lassen und wir haben das getan wünschen euch das gleiche schicken euch ganz liebe grüße und schreibt uns doch gerne mal drunter welches thema im bereich schweiz auswandern euch am meisten interessiert macht's gut schau 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 schau